Willkommen beim finalen Teil von meinem DVD-Regal. Wer die Teile davor gesehen hat, weiß, was jetzt kommt. Und zwar der ganze Rest, der jetzt noch hier steht. Egal wie lange das heute dauert. Ich hoffe, die Kamera nimmt so lange auf, wie ich halt brauchen werde. Wir hatten zuletzt bei Band of Brothers aufgehört. Dann geht es hier weiter. Heutige Frage, die letzte Frage vorerst im Zusammenhang mit Filmen. Guckt man die Filme lieber auf Deutsch oder im Original? Wie sieht man das? Ich persönlich hatte das, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Kann sein, dass es in dem Zusammenhang sogar war. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, dass ich die Sachen immer sehr gerne im OV gucke. Also in der Original-Vertonung. Wenn die Filme beispielsweise auf Englisch sind, gucke ich sie auch auf Englisch. Weil ich finde, dass es viel besser rüberkommt. Sei es der Slang, bestimmte Wörter und auch das ganze Feeling. Aber auch das ist ja jedem selbst überlassen. Wenn Filme natürlich Deutsch produziert sind und die meinetwegen in andere Sprachen noch übersetzt werden, gucke ich die natürlich nicht in einer anderen Sprache, sondern auf Deutsch. Und wenn Filme meinetwegen in Portugiesisch sind, dann gucke ich die auf Portugiesisch halt mit Untertiteln. Ich mag das halt sehr gerne, weil auch da, jetzt haben wir wieder eine Pause hier von der Musik, auch da kommt dann quasi dieser echte Flavor mit rüber. Das ist so die Frage. Weil auch im Kino war ich früher gerne, sehr gerne eigentlich immer, trotzdem mal Platz in der Original-Vorstellung. Hat wirklich Spaß gemacht, aber das gibt es ja leider nicht mehr. So, wir machen weiter. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen wegräumen hier. Jetzt kommen noch so ein paar Dinger. Ich sehe schon, der erste Tupac-Film damals, Juice, ist leider ein späteres Cover, gefällt mir nicht so ganz gut. Es gibt so ein ganz typisches Juice-Cover, wirklich sein erster Film, sein erster großer Film. Ein wirklich guter Film, muss man sagen. Nicht nur als Tupac-Fan und ja, leider habe ich die Auflage nie bekommen, sondern nur die. Und ja, finde ich jetzt nicht so schön, aber hauptsache, weil ich auf dem Film, klar, auch mehr die Fans ansprechen. Aber den kann man sich wirklich angucken, macht auch wirklich Spaß. Und auch da, die 90er so gerne mag, ist halt auch so eine Kapsel, wo das so eingefangen wurde, auch die 90s. Richtig cool. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das mache. Ich glaube, ich liegt alles am Boden. Anders geht es jetzt nicht. So, das hatte ich letztens schon gemeint. Ich habe mir doch mal, ich war mir nicht mehr ganz sicher, den ersten Teilstipp langsam mal gekauft. Einfach so random. Das war bestimmt so bei so einem Wohlwurt oder so. Oder vielleicht sogar im Euroshop. Und ich habe ja mittlerweile die auch gesehen, habe ich schon erwähnt gehabt im Stream. Ja, die ersten Teile sind wirklich gut. Also bis zum vierten Top. Und danach weiß ich es nicht, weil ich habe es nicht mehr geguckt. Ich habe nur gesehen, dass es nicht mehr so gut bewertet ist. Ah ja, da scheinen sich auch die Geister. Die Spider-Man-Triologie habe ich damals bei Karstadt gekauft. Mit einer Grutscheinkarte. Ich finde es immer wieder witzig an, was man sich erinnern kann. Und das ist ja wirklich schon so, weiß ich nicht. In den Anfang 2000ern bestimmt gewesen. Die drei Spider-Man-Teile. Ich persönlich mag den... Das ist jetzt nicht normal. Jetzt hänge ich hier wieder fest. Mann, wie heißt er denn jetzt wieder? Tobey Maguire. Ich mag den sehr gerne als Spider-Man. Manche mochten den nicht. Ich dachte mir so, ja, der ist zu weich für die Rolle. Fand ich cool. Ich mag die sehr gerne. Aber auch Amazing Spider-Man dann später, wo die drei Teile ja quasi noch neu aufgesetzt wurden. Fand ich auch cool. Nur das gefällt mir bis heute sehr gut. Rain Man. Richtig krasser Film. Habe ich sehr, 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 sehr spät. Habe ich dieses Jahr erst das erste Mal gesehen. Habe mir auch da DVD-Apfiffa gekauft. Und habe die sehr spät jetzt erst geguckt gehabt. Und wirklich ein krasser Film. Habe sein Bruder. Er stößt irgendwann auf ihn. Weiß gar nichts davon. Geht um ein gewisses Erbe. Und er ist halt vor der relativ erfolgreiche Typ. Eigentlich ziemlich arrogant. Und will eigentlich am Anfang nur an seine Kohle. Und dann entwickelt er sich aber so eine brüderliche Freundschaft irgendwann. Weil der hat halt eine Behinderung. Autismus in dem Sinne. Und er kommt damit nicht zurecht. Und was weiß ich. Krasser Film. Wow. Ein relativ neuer Film noch. Ich glaube 2017. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das kam ja. Habe ich damals glaube ich im Kino gesehen. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube ja. Und der kam auch ganz klassisch in den DVD-Verleihern. Auch in der Bibliothek. Und dann habe ich ihn auch in der Bibliothek gekauft. Hier ist sogar der Bong. Genau. 2018 war das noch. Dann sogar. Da war ich dann schon im Krankenhaus gewesen. Als ich dann wieder zurück war das erste Mal. Genau. Krass. Dann habe ich mir den wieder gekauft. Da hatte ich die Bibliothek auch noch offen. Geiler Film. Schwierig. Na nicht. Könnte man einfach erklären. Aber möchte ich gar nicht. Weil sollte man sich angucken, wenn man es mag. Also man Lust hat. Richtig krass. Okay. Ghostbusters. Das war auch mal richtig cool. Da kam nämlich dieser neue Teil mit den Mädels. Der habe ich nie geguckt. In den Verleih. Und daraufhin hatten. Immer wenn solche Filme irgendwie neu aufgesetzt wurden. Neuer Teil oder wie auch immer. Hatte man schlauerweise immer kurz die alten Teile auch nachbestellt. Weil meistens da Leute Bock hatten sich die auch auszuleihen. In dem Fall war es genauso. Dann wurden diese beiden Exemplare aber relativ selten ausgeliehen. Und dann konnte ich die ganz günstig kaufen. Auch aus der Videothek. Eigentlich wie Neuer. Für 2,99. Wie Neuer. Die wurden kaum abgespielt. Kaum ausgeliehen. Okay. Ein, zwei Kratzer. Aber nicht schlimm. Und das Witzige ist. Ich meine gut. Die kennt ja auch eigentlich jeder. Denke ich. Cooler 80s Classic. Aber ich dachte eine lange Zeit. Dass es eine Trilogie sein muss. Und einmal habe ich irgendwann angefangen das zu gucken wieder. Und dachte so. Mensch wo ist denn der dritte Teil? Gibt es ja gar nicht. Aber man ist so gewöhnt. Dass normalerweise immer so drei Teile sind. Finde ich da ganz irritierend. Aber super gemacht. Ja. Heftiger Film. Francis mit Denzel Washington. Ist ja mit Perfekt. So nach einem Theaterstück nachempfunden. Vielleicht ich das richtig erinnere. Und es geht darum. 50er, 60er oder so. In einem Viertel. Wo halt viel Afroamerikaner wohnen. In der Zeit. Leider ganzer Rassismus und so weiter. Und ihr alltägliches Arbeitsleben. Im alltäglichen Arbeiterviertel sozusagen. Viel Gerede. Viel Unterhaltung. Keine Action oder so. Einfach dieses krasse Einblick in das damalige Leben. Mit den ganzen Hürden und Schwierigkeiten und was auch immer. Und nominiert für vier Oscars. Darunter bester Film. Krass. Aber muss man mögen. Also da muss man sich einfach drauf einlassen. Das ist langer Film. Blau ist eine warme Farbe. Das ist mit unter anderem Adele Eschaopoulos. Die kommt auch aus Frankreich. Ist eine Nachwuchsschauspielerin aus Frankreich. Wobei ich das Gefühl habe, dass sie sich jetzt ziemlich lange auch auf diesen Film so bezogen hat. Die hat schon was gemacht. Aber nicht mehr große Sachen glaube ich. Weiß ich nicht genau. Das war ein relativ großer Film. Und hat mir sehr gut gefallen. Mag ich. Habe ich. Machte ich sehr gerne sehen. Krasse Rollen auch. Und sie hat mir dann wirklich sehr gut gefallen. Ich habe so gedacht, okay. Das ist die neue. Jetzt nicht im Vergleich. Aber so ein neues Talent aus Frankreich. So wie zum Beispiel damals halt. Wenn sie neu war. Audrey Tattoo. Und ich mag ja eh gerne die französische Schauspielerin. Hat mir gut gefallen. Hat dann immer noch bei der Bibliothek gekauft. Gut. Das habe ich nie gekauft. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Ich bin auch so ein. Die Schlachtfelder Europas. Ich bin auch so ein Geschichtsfan halt. Zweiter Weltkrieg. Alle möglichen geschichtlichen Belange. Aber das ist jetzt nicht so interessant. Zodiac. Auch wenn das eine gelbe Aufkleber. Bibliothek gekauft. Naja gut. Wer den Zodiac-Fall kennt. Weiß wie verzwickt das war. Also wie sagt man. Halt ziemlich kompliziert auch. Und ziemlich krass der Typ. Was der alles abgezogen hat. Mit der Presse und so weiter und so fort. Und der Film. Das wurde dann verfilmt. Und sollte man gesehen haben. Wenn man sich dafür interessiert. Extrem krass. Das Samurai mit Tom Cruise. Ich weiß gar nicht. Ich habe mir den mal gekauft gehabt. Auch in der Bibliothek. Das hier ist wiederum ein Ankauf gewesen. Aus einer anderen Bibliothek. Weil diese Aufkleber hatten wir nie. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht warum ich den mit ihm gekauft habe. Ich glaube der hat bestimmt eine ganz gute Bewertung. Ich habe den glaube ich noch nie gesehen. Bin ich ehrlich. Das kann ich mal nachholen. Irgendwann aber. Black Hawk Down. Kriegsfilm auch wieder. Anfang Jahr 2000 war glaube ich. Richtig krass gemacht. Wo die Amis. Auch in Afghanistan sind oder so. In der Zeit. Weiß jetzt gar nicht mehr genau. Heftig. Aber ich habe auch gebraucht gekauft. Genauso wie den. Victoria. Das ist ein Berliner Film. Krasser Film in dem Sinne. Weil. Die haben über Monate lang. Haben die einstudiert. Und haben dann in einer Sequenz gedreht. Das heißt. Es wird durchgehend. Läuft der Film. Ohne Schnitt im Endeffekt. Kann man sich kaum vorstellen. Muss man sich angucken. Wenn man möchte. Richtig krass. Wirklich sehr krass gemacht. Kennt auch gar nicht so viele. Aber Victoria ist heftig. Also wirklich sehr sehr gut. Auch ein cooler Einblick in die Nachtszene. Partyszene in Berlin. Dann der Tag über. Und dann entsteht halt so ein Kriminalfall irgendwie. Krass. Also das hat ich ja schon mal erwähnt. Ich wusste mir damals in der Facharbeit. Auch die englische Version hier kaufen. Weil ich noch die Zusatzmaterial brauchte. Um Partyzitate machen zu können und sonst was. Ja. Bin geschädigt durch den Film. Er ist krass. Aber habe ich einfach zu oft gesehen. Oh boy. Habe ich einmal gesehen. Kann ich mich kaum daran erinnern. Ist so ein asiatischer Film. Aber auch wirklich sehr sehr gut. Deswegen wollte ich den auch in der Sammlung haben. Dann habe ich den gekauft. Auch so ein Ding von mir. Dass ich immer die Bons aufgehoben habe. 2014 war das schon. Krass. Für 3,99. Ewig her. Bonnie in Clyde. Ich denke die Geschichte ist auch sehr bekannt. Das ist eine Verfilmung. Weiß ich gar nicht. Aus den 40ern oder so. Ja. Cool. Auf jeden Fall cool gemacht. Umso näher noch an dem dran. Also zeitlich gesehen wo das überhaupt stattgefunden hat. Als heute zum Beispiel. Damals noch wesentlich näher dran. Vielleicht war die ganze Geschichte noch viel neuer. Keine Ahnung. In dem Sinne. Ja. Kann man sich auch irgendwie veranschicken. Das ist auch eine wirklich heftige Geschichte. Auch ein Kriegsfilm. Lone Survivor aus der neueren Zeit quasi. So 2000er. Aber auch was das Geschehen anbelangt. Hat auch in der Zeit stattgefunden. Und eine gewisse Einheit die eingesetzt wurde. Und dann kommt es zum krassen Einsatz quasi. Wo viele leider das Leben verlieren. Er bleibt dann am Ende. Lone Survivor bleibt dann halt überlebend. Und wird in so einem Dorf aufgenommen. Wo man nicht mit rechnet. Aber da im Ausland zum Beispiel ist es auch so. Dass Gastfreundschaft sehr hoch angesehen wird. Das heißt egal wo du herkommst. Wenn wir dich als Gast sehen. Dann wirst du auch beschützt. Und somit ging es auch dem amerikanischen Soldaten durch Glück. In diesem Dorf. Dann peilten sie mich gut. Weil natürlich diese Terroristen. Oder ja die Angreifer quasi. Haben ihn natürlich auch gesucht. Krasse Geschichte habe ich schon ein paar Mal gesehen. Lone Survivor heftig. Mami. Ist ein englischer Film. Also aus England glaube ich. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Müsste so gewesen sein. Das Witzige ist. Also ist ein cooler Film. So ein Drama halt irgendwie. Er ist halt so ein Junge. Der hat ziemlich viele Probleme. Kommt mit seiner Familie nicht klar. Kommt ins glaube ich Jugendgefängnis auch. Kommt dann wieder raus. Blablabla. Und das Coole ist die haben so viele Stilmittel mit drin. Wo die zum Beispiel auch den Bildausschnitt ganz eng machen. Das heißt bedrückend. Und dann geht er irgendwann auf. Wo er sich wieder ein bisschen freier fühlt. So in der Spielereien sind da mit drin. Ganz witzige Stilmittel. Die ich richtig richtig cool finde. Da muss man drauf achten. Und kennt kaum einer. Aber ist wirklich sehr gut. Kann ich empfehlen. Dallas Buyers Club. Mit Matthew McConaughey unter anderem. Wir kennen es. Krasser krasser Film. Er ist schon Cowboy im Endeffekt. Also nicht jetzt Cowboy. Er war ja halt so ein cooler Typ auch. Und letztendlich geht es ja um diese AIDS Krankheit. Was er am Anfang an einer ganz anderen Zeit spielt. Der 70er oder so. Will er gar nicht wahrnehmen. Dass sowas kann ihm noch niemals passieren. Am Ende passiert ihm das. Und ja. Er entwickelt dann natürlich ein Bewusstsein dafür. Will dann am Ende auch Leuten helfen. Soweit ich es erinnert habe. Ich hoffe, ich habe eine krasse Wende. Ich muss mal kurz gucken. Wir sind schon bei 12 Minuten. Jetzt kommen wir hier. Ich hoffe, du bist auch wieder dabei. Beim letzten Teil. Straight Outta Campton. Wirklich einer der besten oder mit der beste Hip-Hop-Filme, der bisher gemacht wurde. Es geht ja um NWA. Und dieser Film war ein absoluter Erfolg. Auch im Kino hat alles durchbrochen. Wenn du über Rated-R-Filme redest. Also Filme, die ja schon von vornherein auf ein gewisses Alter eigenstuf sind. Sodass nicht jeder reinkommen kann. Und dann wird es umso schwieriger, einfach Geld zu generieren. Also in großen Maßen sozusagen. Und der hat für sein Ding sehr, sehr, sehr viel Umsatz gemacht. Und ist auch verdammt gut angekommen. Kann man auch bei IMDb nachgucken. Locker 7,5 oder irgendwas. Richtig geiler Film. Da haben sie das richtig gut geschafft, das richtig gut umzusetzen. Da waren halt viele, viele coole Leute dabei, die es auch richtig gut gemacht haben. Und auch wie sie die Schauspiel besetzt haben. Die einzelnen Charaktere. Sehr, sehr cool. Road to Perdition wird ständig jetzt bei Netflix angezeigt. Keine Ahnung warum. Haben sie neu reingegangen? Weiß ich gar nicht genau. Tom Hanks macht ja Filmmäßig, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher, hab ich lange nicht gesehen. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Auch richtig cool auf jeden Fall. Million Dollar Baby. Eine Special Edition. Das ist doch Clint Eastwood Film auch, oder? Ist eigentlich auch der Regisseur. Ich glaube ja. Hab ich auch mal Gebrauch gekauft. Ist natürlich so ein bisschen mit Leidenschaft gezogen worden. Aber cool. Viel Bonusmaterial. Auch sehr empfehlenswert. Big Bad Wolves. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die überhaupt her habe. Auch ein Quentin Tarantino Film. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich nichts dazu sagen. Irgendwie mal... Hacksaw Ridge. Der kam 2017 ins Kino. Ich hab extrem drauf hingefiebert. Mel Gibson war der Regisseur. Genau. Ich hab deswegen auch sehr stark drauf hingefiebert. Weil der hat ja zum Beispiel auch Braveheart gemacht und 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 und. Und hatte ja leider auch eine Down-Phase. Und kam mit dem Film quasi wieder groß zurück. Und ich hab so drauf hingefiebert. Hatte mir dann auch ganz früh das Ticket schon gekauft. War dann im Kino. War sowas von krass begeistert. Und hatte dann in der Arbeit auch immer... Allen Leuten lag ich in den Ohren. Auch die Kunden. Leite euch das aus. Leite euch das aus. Und alle die zurückkommen haben gesagt... Kamen haben gesagt... Mensch. Der war sowas von krass. Hacksaw Ridge ist richtig richtig heftig. Und den hab ich mindestens zwei, dreimal gesehen. Weil der so krass ist. Typischer... Gibt's einen Film. Also vom Aufbau her. Am Anfang wesentlich ruhiger. Und dann geht's immer weiter los. Und noch relativ viel. Fälligmäßig lang. Ich weiß gar nicht. Ja, gut 134 Minuten geht eigentlich. Aber extrem. Also wirklich krass. Mega. Eiskalte Engel. Habe ich lange nicht gesehen. Junger Ryan Philippe und Sarah Michelle Gellar. Und Reese Witherspoon und so. Ja, das ist so ein... Drama. Ja, irgendwie keine Ahnung. Hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Super Size Me. Hatte ich mir mal aus Spaß gekauft. Das ist halt diese Doku. Wo er die ganze Zeit nur McDonalds isst. Und guckt, wie er dann zunimmt. Und so. Was sein Körper sich verändert. Das ist ja ganz witzig. Den werde ich mir mal wieder angucken. Jetzt zu Weihnachten. Schöne Bestiederung mit Chevy Chase. Sorry, wenn ich die Namen nicht immer richtig ausspreche. Weil ich es nicht immer genau weiß. Ja, witziger Film. Was wird's halt so sagen? Läuft halt mal bei Weihnachten. Guck ich mir da nochmal wieder an. Das ist einer der wenigen Filme, wo es mir so ganz peinlich ist. Und zwar voll verheiratet. Aber ich gebe ganz ehrlich zu. Es ist mit Brittany Murphy. Rest in Peace. Sie ist ja glaube ich schon 2009 verstorben. Drogen über Dosis oder so. Leider. War wirklich eine meiner Lieblingsschauspielerinnen auch in der Zeit. Ich mochte die sehr. Die hat auch bei Eight Mal zum Beispiel das Mädel gespielt, was mit Eminem zu tun hat. Er ist ein Kutcher. Und deswegen habe ich mir den Film eigentlich nur gekauft. Weil ich wissen wollte, wie ist er denn so. Ja, also das ist jetzt nicht der krasseste Film in letzter Weise. Aber ich habe ihn halt behalten. Den hat ich mir mal gekauft. Universal Soldier mit Jean-Claude Faridam. Weil ich mal wissen wollte, wie er ist. Das gab es auch mal bei Wohlwort, glaube ich, für 2 Euro oder so. Keine Ahnung, ich kann es schon nicht. Ein Film von Roland Emmerich, aber ich kann es schon gar nicht mehr genau erinnern. Muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Der große Diktator mit Charlie Chaplin. Ja, Filmhistorie. Einfach geil zu überlegen, dass schon in dieser Zeit, währenddessen dieser ganze Scheiß stattgefunden hat, quasi solche Filme auch gemacht wurden, um diesen Typen zu verarschen. Extrem. Also wirklich, wer das noch nicht gesehen hat, das ist einfach eine Filmgeschichte. Cool. Gut, Harry Potter. Ich habe noch nie alle Teile gesehen. Wow, jetzt wird es gleich heißen. Wow, was? Und den hat er es bis heute eingeschweißt. Weil ich habe mir auch irgendwann mal einen Supermarkt oder so gekauft vor 100 Jahren. Was ist denn das? Ordens des Fölix? Keine Ahnung. Ich mochte Harry Potter, aber ich habe noch nie die Filme alle gesehen. Bin ich nie dazu gekommen, bin ich ganz ehrlich. Ich muss mal, würde ich gerne mal machen. Irgendwann. Das hier ist übrigens, habe ich glaube ich auch damals schon erwähnt, mit vielleicht sogar die erste DVD, die ich mir jemals gekauft hatte. Und zwar Herr der Ringe, die zwei Türme. Ich weiß noch damals, ich war bei Mediamarkt, Anfang 2000. Und ich hatte da meinen Vater angerufen und meinte so, ey, wie sieht es aus? Ich würde die gerne kaufen. Und dann, ja, gar kein Problem. Dann habe ich die mitgenommen. Cool, dass ich es bis heute noch habe. So war es eine Special Edition. Wenn ich mich nicht komplett täusche, aber ich habe es in meiner Erinnerung eigentlich so. Die wurde mir mal geschenkt, das Lazarus-Projekt. Er liegt die ganze Zeit in so einem Sarg irgendwie drin. Kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Ja, naja, war okay. Troja, auch heftiger Geschichtsfilm in dem Sinne. Brad Pitt, Orlando Bloom. Richtig krass gemacht. Aufwendig, groß. Kann man auf jeden Fall kennen. Wenn man ihn nicht kennt, wird auch ständig bei den Streamings angezeigt. Kann man sich gerne mal angucken. Kriegerin. Auch ein deutscher Film. War ich sehr, sehr überrascht damals. Sie ist halt so rassistisch eingestellt in der heutigen Zeit. Und trifft auf so einen Jungen, der natürlich gar nicht dem Weltbild entspricht, wie sie es eigentlich für richtig hält. Und naja, da entstehen so ganz coole Geschichten dann irgendwie. In dem Sinne, wo sie dann Schwierigkeiten bekommen mit den anderen Leuten, die das gar nicht verstehen. Und hin und her. Wurde extrem ausgezeichnet im deutschen Raum. Und war auch wirklich gut. Und deswegen wollte ich ihn umgekaufen, weil er mir sehr gut gefallen hat. City of Man ist auch wieder mal so ein brasilianischer Film. Ja, jetzt ist alles zusammengestürzt. Von den Machern von City of God auch. Und da bin ich eh so ein Fan von. Und deswegen wollte ich den auch haben. Ähnliche Thematik natürlich wieder. Aber auch cool zu sehen, habe ich ewig nicht gesehen. Ich glaube, es gibt auch eine Serie. Das ist jetzt, glaube ich, nicht die Serie. Ich glaube, es gibt auch die City of Man-Serie, wo dann mehrere Teile auch sind. Das ist auch The Ice Man. Da geht es um Robert Kuklinski. Das ist ein Serial-Killer gewesen. Anscheinend einer der größten, die es jemals gab. Also von seiner Anzahl her. Wenn man das positiv sehen möchte, natürlich nicht. Aber leider werden solche Zahlen natürlich auch festgehalten. Wenn sie überhaupt stürmen. Er stürmt ja. Er ist ja irgendwann auch gestorben. Kameramäßig wurde er, glaube ich, dann im Knast umgebracht. Irgendwann. Da gibt es auch ein richtig krasses HBO-Special bei YouTube. Da kann man sich so ein Interview angucken. The Ice Man Tapes oder so. Da geht es ja kalten Rücken runter. Und da wurde halt seine Story verfilmt. Und der Film ist wirklich gut. Krasse Geschichte. Muss man leider so sagen, auch wenn es halt ziemlich böse ist. Death Proof wurde mir mal von einem Kollegen geschenkt. Der ist so ein Fan davon. Auch von diesem Grindhouse. Grand The Tarantino. Genau. Habe ich noch nie gesehen. Muss ich mal nachholen. Brothers. Kann ich auch empfehlen. Wobei ich gerade ein bisschen irritiert bin. Habe ich nicht nur einen anderen. Der auch Brothers heißt. Gibt es zwei, die Brothers heißen? Jetzt stehe ich gerade ein bisschen am Schlauch. Oder ist es der? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Irgendwie erinnert mich das nochmal an was anderes. Keine Ahnung. Jetzt fällt mir alles runter. Ja. Hatte ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Es gibt halt so kleinere Titel auch irgendwie. Ach nee. Jetzt weiß ich wieder. Ah. Jetzt weiß ich wieder. Das wurde mir damals... Oh, sorry. In der SAE-Zeit wurde mir das mal ausgeliehen. Ja. Ich habe es nie zurückgegeben. Ups. Weil Hamburger Held. Ich habe mir sowas nie gekauft. Ist auch ein krasser Film. So ein Kriegsfilm. Wo sie sich so einen Berg erobern wollen. Müssen. Oh. Shit. Hier habe ich die Jim Jarmusch. Komplette Edition mal geschenkt bekommen. Da sind so Filme dabei. Unter anderem auch nochmal Coffee and Cigarettes. Wie ich ihn ja auch schon hatte. Ghost Dog. Und so weiter und so fort. Hat mir mal jemand geschenkt. Ist cool. Hier haben wir auch noch ein Pendant zu Band of Brothers. Und zwar Pacific. Das wurde auch nochmal zumindest von Steve. Ja, auch von Tom Hanks. Genau. Da geht es um den Vietnamkrieg. Weil du wirst du eigentlich so viele Filme finden. Und das wird auch nochmal richtig krass behandelt. Natürlich auch diese typische Edition. Den ganzen. Und ähnlich aufgebaut. Im Endeffekt auch wie Band of Brothers. Und dann haben wir hier noch Weltkriegs-DVD. Ist jetzt nicht so spannend. Und eine Sache noch. Und zwar hatte sich das mein Vater damals mal gekauft. Und als er dann irgendwann ausgezogen ist, hat er das halt hier gelassen. Rome. Auch eine HBO-Serie glaube ich. Oder BBC. Immer Ursprung. Keine Ahnung. Heftig. Ich werde dann auch mal... Mann, das habe ich mir auch mal angeguckt. Über die, ja, Cäsar-Zeit. Und was weiß ich in Rom halt. Ich meine, gut, wenn man die Geschichte kennt, weiß man eh, wie es ausgeht. Aber richtig krass gemacht. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja, das war es für heute. Der sechste Teil von meinem DVD-Regal. Echt schade. Weil ich mochte diese kleine Serie wirklich sehr gerne. Hat mir echt Spaß gemacht. Schaut mal die Kommentare. Und sich austauschen, um zu sehen, wer mag was. Und wie auch immer. Hat mir echt gut gefallen. Danke für alles auf jeden Fall. Bezüglich der Interaktion, sagen wir mal so. Dann war es das für heute. Das nächste Video kommt bald. Im Gras raus. Bis zum nächsten Mal.